Hallo zusammen! Schriftlicher Ausdruck des DAF Teil 2 Argumentation Gründe Der Prüfungsteil schriftlicher Ausdruck überprüft, inwieweit Sie zu einem bestimmten Thema einen zusammenhängenden und klar aufgebauten Text schreiben können. Für den schriftlichen Ausdruck haben Sie 60 Minuten Zeit. Sie bekommen einen kurzen einführenden Text zu einem Thema, eine Grafik sowie Anweisungen zur Diskussion bzw. Argumentation. Es gibt also zwei Aufgabenteile. Einleitung plus Grafikbeschreibung und Argumentation. In diesem Video besprechen wir den zweiten Teil, Argumentation. Für diesen Teil sollten Sie nicht mehr als 35 Minuten aufwenden. Nach der Grafikauswertung folgt also Ihre Argumentation. Lesen Sie zunächst die Aufgabe. Schreiben Sie nun eine Überleitung zu Ihrer Argumentation. Angesichts dieser Problematik stellt sich die Frage blablabla. Hier nutzen Sie Ihre Fragestellung aus der Einleitung. Gegenüber dieser Frage besteht noch Skepsis. Nun muss man auf dieses Thema tiefer eingehen. Grundsätzlich gibt es im schriftlichen Ausdruck vier Aufgabentypen. Zwei Meinungen. Eine Meinung plus Vor- und Nachteile. Maßnahmen. Maßnahmen plus Vor- und Nachteile davon. Wir haben schon alle diese Aufgabentypen besprochen. In diesem Video geht es um einen anderen Aufgabentyp, um den Aufgabentyp mit Gründen und Vor- und Nachteilen. In diesem Aufgabentyp müssen Sie zu einem Thema Gründe ausdenken und auch Vor- und Nachteile davon abwägen. In der Aufgabe steht häufig, diskutieren Sie, welche Gründe können, blablabla. Was bedeutet das? Das ist ziemlich einfach. Wir denken verschiedene Gründe aus, die sich hinter dem Thema oder dem Phänomen verbergen könnten. Hier empfehle ich, zwei Stück anzuhören. Warum zwei? Weil wir noch zwei Vorteile und zwei Nachteile von jedem Grund oder von einem Thema präsentieren sollen. Noch ein wichtiger Hinweis hier. Wenn Sie in der Aufgabe das Fragewort Warum sehen, bedeutet das, dass Sie Gründe ausdenken sollen. Im anderen Fall können Sie einfach das Wort Gründe treffen. Also zu den Gründen. Ein gut gelungener Grund bedeckt einen bestimmten Aspekt. Es gibt verschiedene Gründe, aber ich empfehle die universellen. Sie können immer finanzielle, gesellschaftliche und persönliche Gründe erwähnen. Wenn diese nicht ausreichen, können wir noch gesundheitliche, ökologische und familiäre Versuchen. Aber eigentlich reichen meistens die finanziellen, gesellschaftlichen und persönlichen völlig aus. Nur wenn Sie unterschiedliche, abwechslungsreiche Gründe anführen, können Sie sicherstellen, dass der Grund gut gelungen ist. Sie können für dieses Thema folgenderweise vorgehen. Erster möglicher Grund ist finanzieller Grund. Dann schreiben Sie eine kurze Erklärung, was Sie unter diesem finanziellen Grund verstehen. Etwas kann teuer, billig, erschwinglich oder unerschwinglich sein. In unserer materiellen Welt ist fast jedes Thema mit dem Geld verbunden. So können Sie fast für jedes Thema finanzielle Gründe anführen. Wie auch dieses Thema hier. Junge Leute wählen ihren künftigen Beruf häufig wegen des finanziellen Interesses. Ob der Beruf in der Zukunft ein gutes Einkommen sichern kann. Das ist ein finanzieller Grund. Zweiter möglicher Grund ist persönlicher Grund. Auch hier kann man sagen, dass fast jedes Thema mit den persönlichen Gründen verbunden werden kann. Persönliche Bevorzugungen, Begabung, Stereotypen, Vorurteile, Neigungen, Interessen kann man in jedem Thema besprechen. Auch in dieser Aufgabe sehen wir, dass persönliche Grund an der ersten Stelle steht. Hier können solche Themen wie Trends, Gutes Ansehen, Ruf, Berühmtheit, Einfluss, Verbreitung, allgemeine Akzeptanz besprochen werden. Gesellschaft ist etwas, was uns alle vereint. Deshalb ist fast jedes Thema gesellschaftlich gebunden. Auf dieser Grafik können wir auch den gesellschaftlichen Grund sehen. Das sind die populärsten drei Gründe. Also finanzielle, gesellschaftliche und persönliche. Für die meisten Themen reichen diese komplett aus. Jedoch können wir noch weitere drei Versuchen. Gesundheitliche, ökologische und familiäre. Diese drei sind ein wenig spezifisch und wenn das Thema es erlaubt, können sie auch Gesundheit, Umwelt und Familie oder Beziehungen besprechen. So versuchen sie immer zwei Gründe anzuführen. Zwei Stück insgesamt. Denken sie auch daran, ihre Gründe zu gewichten und gegeneinander abzuwägen. Weiter folgen ihre Vor- und Nachteile. Empfehlenswert wären zwei Vorteile und zwei Nachteile. Ziemlich viel, aber nur so kann ihre Argumentation überzeugend aussehen. Hier sind die Redemittel. Pro- und Kontra-Argumente, Vor- und Nachteile. Zuerst, an erster Stelle steht. Dann, weiterhin, ferner, außerdem, anschließend. Es ist zu betonen, es ist hervorzuheben, dass. Es ist zu unterscheiden, dass. Es ist zwar zu bedenken, dass. Aber. Allerdings muss man bedenken, dass. Darüber hinaus. Man sollte nicht vergessen, dass. Ein weiteres Argument dafür, dagegen ist. Dafür, dagegen spricht auch. Überlegen sie nicht zu lange. Konzentrieren sie sich auf die Argumente, die sie anführen können. Geschafft. Sind ihre Gründe klar und deutlich? Haben auch Vor- und Nachteile gut geklappt? Überzeugend. Sie können nun die Argumentation zusammenfassen. Zusammenfassung. Zum Schluss lässt sich sagen, dass. Schließlich kann man behaupten, dass. Abschließend möchte ich festhalten, dass. Weiter folgt der Abschnitt über die Situation im Heimatland. Denn besprechen wir im folgenden Video. Bleiben Sie dabei und viel Erfolg! Untertitelung des ZDF für funk, 2017